hallo meine lieben koch und räucherfreunde heute richtig ein stück her das wird einfach gemüt und dann später geräuchert das sind eine halb kilo krustenbraten dazu wie schon hergerichtet 45 gramm salz 4 gramm zucker 0,3 gramm ascorbinsäure 10 10 wacholderbeeren die habe ich da drin schon gemüt also zehn stück wacholderbeeren pfeffer und paprika das wird schon damit eingeliebtes fleisch und dann noch zu rechtes wirst du weiter geht wird jetzt das schön sehen könnt aber jetzt ist schon ein gerieben mit die gewürze es werde zum facken beutel reingemacht und die restlichen gewürze kommen danach dazu jetzt haben wir es im vakuum beutel reingemacht und jetzt vakuumieren wir das jetzt einmal drücken das mag ich aber jetzt nicht ganz streng damit ich jetzt immer mal sie stopfen schweißen weil normalerweise immer anders fleisch einfach damit machen wir das richtig fest aber das meine zu fest was uns habe ich den platz ja nicht mehr dass ich das fleisch so massieren dann kann jeden tag oder zumindestens jeden zweiten tag das war es jetzt schon jetzt warten sechs bis acht oder sogar zehn wochen und dann überlege ich mir noch wie das luft getrocknet mache das stück fleisch oder im kaltrauch bei drei mal acht bis zehn stunden das sehe ich aber jetzt schon so 40